Ja, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part wieder mal von Naruto Ultimate Ninja Storm 3. Im letzten Part habe ich ja Hanzo plattgemacht mit Onomi Fune, ging ganz schnell. Und jetzt kommen wir zum zweiten Kampf, Kakashi gegen Sabuza und Haku. Ja, die beiden sind natürlich auch noch wiederbelebt worden, was richtig krass ist und ja, mal gucken, was der Kampf so zu bieten hat. Wird krass werden. Jetzt wird er sowieso erstmal laden, 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 laden. Ja, und wir haben Sakura dabei. Na, aber das ist doch gut. Alter, das sieht so krass aus mit den Augen so voll weiß und so und man merkt, okay, die sind, was? Gegner mit einem Ninjutsu ausschalten. Ja, gut, das ist ja nicht so das Problem. Aua. Das habe ich mir gerade wehgetan. Los geht's. Aua. 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 Hila. ART jegli. Aua. 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 jawohl du kannst jetzt hochwertigen linia werkzeuge einstellen und ich bin noch keine legende mann ich würde legende sein jetzt habe ich mir gerade irgendwas am kopf gehabt also tut das weh ja ihr habt verloren ihr beiden es machte er jetzt so natürlich Edo Tensei wie er da so steht Oh, voll so... Oh, oh. Jinjin, Akibuiniu, Gibino, Amiriui, Ringu, Nkushimaru, Kurirararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gai-Sensei Bei Gai-Sensei heißt es einfach nur Fresse kloppen. Da gibt es keine große Diskussion. Einfach rein spielen. Alle platt machen. In die Fresse hauen. Fertig. Ja, und diese sechs Personen, die wir da gerade sehen, sind halt die ehemaligen Schwertkämpfer aus Kirikakure, wenn ich das gerade richtig verstehe. Ich habe die ganzen Namen vergessen. Das ist unglaublich. Und ja, im Anime ist es wieder ganz anders. Das ist richtig brutal, wie sie unsere Shinobi-Allianz töten. Und da benutzen sie halt die Fähigkeit von Haku und Sabuza. Sabuza kann ja diesen Nebel erzeugen und den benutzen sie in dem Kampf. Das ist voll fies. Ach, das ist jetzt so ein Feldkampf, wa? Ultimative Entscheidung. Was? Er ist ja ein bisschen unvernünftig, doch ist dir ist es egal. Lösche 6. Dein Ziel, der sichere Sieg. Teile dein Team mit in drei... Gai-Sensei, die sagen zu dir, aber... Aber hier ist es, dass wir in den drei Personen verabschiedern, um zu bewerben zu verabschieden. Oh... Ich will nicht, dass wir ein wenig Mühe haben. Aber wir müssen hier nicht mehr Zeit nehmen. Ich will nicht mehr sagen. Wir müssen uns in den drei Personen verabschieden. Ey, wir sind Gai-Sensei. Und wir sind Legenden. Also werden wir auch Legenden... ...auswählen, weil wir Gai-Sensei sind. Gai-Sensei! Wenn nicht, mache ich es immer noch auf Feld. Ich weiß nicht, dass du dein Gefühl hast. Aber wenn du hier nicht verabschiedet hast, ... aber wenn du es nicht verabschiedet hast, dann kannst du das Ergebnis zu verabschiedern. Aber... Ja, das wird alles gut. Wenn du dich nicht verabschiedet hast, dann kannst du das Ergebnis nicht schützen. Ich getrennt. Aber wenn du wirklich gefährlich sind, dann bitte auch nachdenken. Ich verstehe, aber... ... jetzt bist du nur eine Verabschiedung. Gehen wir! Engst! Okay! Sakura sei keine Pussy! Genau so! Gefahr der sieben Schwert-Ninyas! Ey, der Bruder von Soigetsu sieht voll krass aus. Das ist ja der vorne hier, der Weiße, mit den weißen Haaren. Der ist übel. Der ist krass. Konstant über 40% lassen. Okay, mit wem spiele ich? Gai-Sensei! Auf wen gehe ich auf den Dicken? Ich glaube, ich gehe erst mal auf den Dicken. Erst mal auf den Dicken. Jawoll! Action! Durch! Durch die Mauer durch! Zack! Super gemacht! Oh, 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 das war falsch. Und der erste ist down! Halt! Der erste ist down! Gai-Sensei hat ihn besiegt. Und das ist der nächste! Moment! Und der nächste wird down gehalten. Asuka-Ajujo-Ui! Das ist der nächste! Gai-Sensei! brauch keine strategie der holt einfach zu und der nächste sagt ich habe noch ich habe nur sagt und du auch noch der will der will der will der will angreifen da kommt schon so sagt ich habe nicht geschafft mit dem mit denen aber jetzt noch mal der ist dauernd geschafft so jetzt dennoch schnell dazu wie es auch dauernd ist der letzte nur noch der gefährlichste ist ja schon draußen und tschüss ich habe es ja nicht geschafft mit den 40 prozent aber gut es ist es ist abgeschlossen juhu ich wollte kein bonus ich wollte einfach nur mit der ist ein sehr kämpft oder ich noch kachina und wie gesagt es war mir jetzt egal ob ich jetzt in der anbekommen aber ich kann immer wieder das noch spielen und alle sind dauern und und kakashi 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 willkommen gefahr der sieben schwerten in joss kakashi gegen saabu boss battle jawoll jetzt machen wir dich platt saabu da machs gut tschüss mit ö gesundheit und konstant über 80 prozent wow schon wieder mit haku warte 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 jetzt kommt wieder so was ist aber cool Mist, ich hab keinen Stern vollgekriegt. Oh, das sieht so krass aus. Das erinnert vor allem damals. Mann. Oh, Scheiße. Vorher erwischt. Das war böse. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Du glaubst wirklich so? Hm. Jetzt wieder kann ich wieder ein paar Sterne sammeln, das ist gut. Ich muss unbedingt den Sternfaktor vorkriegen. Oh Gott. Ich muss dazu aber sagen, ich war noch nie sehr gut mit Kakashi. Also ich habe meine Hauptcharaktere, die habe ich. Aber man sagt ja mal, dass das Spiel wird dann gleich, egal wie man spielt, ist es gar nicht so. Ihr müsst immer darauf achten, was ihr für... Was können eure Charaktere für Jutsus? Ich muss ehrlich sagen, Kakashi hat in diesem Spiel nicht die besten Jutsus. Okay, jetzt kommt es gleich, jetzt kommt gleich die entscheidende Szene, wo ich jetzt die nächsten... Oh, scheiße. Oh, gut. Und zack. Und das war's. Jetzt kommt die letzte Szene. Doch nicht. Gleich jetzt kommt's. Jawoll. Und jetzt nochmal schön, aber auf die Keistaste. Komm, die letzten Sterne holen. Jawoll. Und das war's. Sabuza hat's verloren. Weil, ähm... Oh, das sieht so krass aus. Das ist einfach so krass aus. Ich finde das so traurig. Das sieht so krass aus, als ob Hakko weinen würde und das sieht auch krass aus, das ist auch hier mit der Tränen. Ey, mir kamen gerade ohne Scheiß die Tränen, weil ich diese Szene, wo die beiden daneben lagen, ist so dermaßen traurig gemacht, weil das, was er sagt, ist so traurig, mir kamen echt die Tränen gerade. Und es ist wirklich selten, dass in einem Spiel mir Tränen kommen, oder bei einer Serie oder sonst irgendwas, aber das war wirklich gerade eine sehr, sehr rührende Szene, weil, ey, nee, krass. Und diese Verletzung, die Kakashi an der Seite hatte, habt ihr ja gesehen, Sabuza hat ja durch Hakko angegriffen und dadurch hat halt Kakashi diesen Angriff hier an der Seite bekommen, also diese Verletzung. Mann, 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 Rang C war klar, nicht gut gekämpft, kein Bonus. Gut, das Kapitel war jetzt leider nicht sehr gut, weil ich habe beim Zwischenkampf habe ich Scheiß gebaut, weil da bin ich einfach viel zu oft reingerannt, halt Gai-Sensei, und hier habe ich zu viele Fehler gemacht. Wie gesagt, Kakashi ist nicht mein Hauptcharakter hier in diesem Spiel, ich habe andere. Wer das ist, werdet ihr noch sehen, der kommt ja bald. Die Schlacht gegen Sabuza ist geschlagen, jetzt kommt natürlich Olle, wer ist da? Zetsu. Waggai-Sensei! Edo-Tenric, ich kann das practicechen. Ich kann auch darum, wenn ich mir einen Zeitpunkt kopieren musste, aber... Ich habe das nicht lange abgezahlt, aber ich bin sehr lange auf der Seite, die Koffer bei der Koffer ist. Ich habe eine Kaakashi-Sensei-Koffer-Ninja registriert, die ich mit einem Schlauch der Kofferán, gehe ich gleich gleich und alles mit überreden. Jetzt geht's los, Kakashi gegen die Armee von Tetsu. Ja, wäre schon... Nee, das verrate ich nicht. Nee, nee, das ich gerade sagen wollte, das ist zu krasser Spoiler. Das war's. Die FC-Farte, die FC-Farte und die FC-Farte sind ungefähr fading und fertig. Wir haben auch unseren Fehlern und glaube, dass wir die Stamm-Sprung haben Sie können. Ich glaube, dass es nur diese Runde vor ist. Ja. Du kennenzulierst bei mir auch mich an. Sie, dass ihr Akatsuki, noch nicht in meinen Schimmel sind. Ich denke, ich denke, dass ich mich nicht so fühle, was ich eigentlich so fühle, was ich. Aber, hm, wenn ich mich jetzt wieder fühle, dann kann ich mich jetzt an die erste Säge der Bühne sein. Oder ist das, die vier Säge der Bühne in der Bühne sein? Ich glaube, ich denke, es wird die Nacht nahm. Ich denke, dass der nächste Säge der Bühne sein wird. Ich hoffe, dass alle. Lieber Shikaku, da hast du recht. Kapitel 6, der Krieg bricht aus. Fertig, ist abgeschlossen. Im nächsten Part geht es los mit der nächsten Kompanie, nämlich der ersten, die von Darui angeführt wird. Und die findet halt an der Küste statt, wird sehr interessant werden, freue mich schon sehr auf diesen Kampf. Ringen um die Ninja-Allianz. So, aber das werden wir im nächsten Part erfahren, wie es weitergeht mit der Küstenangriff. Danke fürs Zuschauen, wieder mal, wie, bis zum nächsten Mal. Euer Spenderm ist heute wieder raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Wiedersehen, ciao.